Willkommen noch einmal zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. In diesem Video soll es nun um den organisatorischen Kram gehen, der eine solche Lehrveranstaltung nun einmal begleitet. Das alles ist natürlich nur für diejenigen interessant, die diese Veranstaltung bei uns an der Universität Paderborn hören. Oder, wenn jemand schon immer mal wissen wollte, wie so etwas an einer Universität abläuft. Wir werden die Veranstaltung in diesem Semester entsprechend dem Konzept des Inverted Classroom oder Flipped Classroom abwickeln. Das bedeutet, dass die eigentliche Stoffvermittlung bereits vor der Vorlesung mithilfe von Videos erfolgt und wir den Vorlesungstermin dazu nutzen können, diese Inhalte zu erarbeiten, Fragen zu stellen und Dinge zu diskutieren. Wir haben im letzten Jahr mit dieser Form der Veranstaltung schon Erfahrungen sammeln können. Vorab aber noch Folgendes. Am einfachsten erreicht ihr sowohl mich als auch die Tutorinnen und Tutoren innerhalb von Panda. Dort stellen wir alle Materialien bereit und wie ihr wisst, gibt es dort integrierte Kommunikationsmöglichkeiten. Ihr könnt uns da zum einen Nachrichten senden, aber natürlich auch die Foren nutzen, die wir dort eingerichtet haben. Diese sind zur freien Nutzung durch euch vorgesehen. Wir haben eines für Diskussionen, Fragen und Antworten zu den Inhalten der Veranstaltung, also Vorlesungen und Übungen und alles drumherum, sowie eines für weitere Diskussionen eingerichtet, indem ihr euch über organisatorische Fragen, Rezepte gegen Hunger oder Langeweile, Tipps zu guter Literatur, Verabredungen zu Kneipenabenden oder was auch immer unterhalten könnt. Ich möchte noch einmal ganz kurz den Überblick darüber geben, was wir nun im Lauf des Semesters machen wollen. In der Einführung hatte ich ja schon etwas zu den Inhalten gesagt. Hier geht es nun eher um den groben Ablauf, was wir wann machen werden. Ich will das jetzt hier nicht im Detail durchgehen, aber so wisst ihr zumindest, was wann ansteht. Das Ganze ist ein Plan, kann sich also im Detail noch ändern. Neben der thematischen Einführung gibt es in dieser Woche auch noch erste Videos mit ein wenig Inhalt. Die könnt ihr gemütlich auf der Couch mit Popcorn gucken. Auch in der nächsten Woche geht es noch locker zur Sache mit einigen weiteren Videos, die uns in das ganze Thema Informatik ein wenig hineinführen sollen. Und auch die Übungen sind da erst einmal zum Warmlaufen gedacht. Danach geht es dann richtig los und dann setzen auch die Übungen so richtig ein. Aber dazu gleich mehr. Am Ende der Veranstaltung wird es zwei Klausurtermine zur Auswahl geben. Natürlich müsste die Klausur nur einmal bestehen. Der erste Termin wird voraussichtlich der 25. Juli sein. Der zweite wird voraussichtlich Ende September in der letzten Woche der vorlesungsfreien Zeit liegen. Das sind vorläufige Termine, die sich nicht mehr ändern sollten, aber können. Wie wird das Ganze ablaufen? Wie gerade schon gesagt, folgt die Vorlesung im Konzept des Inverted Classroom. Ich werde an jedem Dienstag mittags neue Videos bereitstellen. Diese Videos werden immer in Panda verlinkt sein, sodass ihr sie dort wie alle anderen Materialien findet. Panda ist das zentrale Mittel, das wir in dieser Vorlesung nutzen werden. Dort seid ihr hoffentlich angemeldet, denn sonst hättet ihr vermutlich auch von diesem Video hier nichts mitbekommen. Ich werde immer zwei Versionen von jedem Video machen. Eine wird als Streamingangebot auf dem Videoserver der Universität liegen. Alternativ dazu könnt ihr die Videos bei YouTube ansehen, wo ich eine Playlist angelegt habe, die ihr auch abonnieren könnt. Inhaltlich wird das auf beiden Plattformen identisch sein. Ich werde immer mehrere kürzere Videos machen, also keine 90 Minuten am Stück, wie das normalerweise bei einer 90-minütigen Vorlesung wäre. Auf diese Weise könnt ihr euch den Stoff der Woche in kleineren Häppchen zu beliebigen Zeiten zu Gemüte führen. Allerdings möchte ich euch bitten, das auch tatsächlich zu tun. Die Idee ist, dass ihr diese Videos, die wir auf Wochenweise bereitstellen, und zwar alle, die jeweils zur Verfügung stehen, immer bis dienstags spätestens um 9 Uhr angesehen habt. Denn um 9.15 Uhr beginnen wir mit der Vorlesung im Hörsaal H2. Damit werden wir am 11. April starten, wo wir noch nicht allzu viel zu besprechen haben. Dort werden wir uns dann aber persönlich kennenlernen. Ich, euch, ihr, mich und auch die Tutorinnen und Tutoren. Dort könnt ihr dann alle Fragen loswerden, die ihr gerne in Live besprechen möchtet, was zu diesem Zeitpunkt in erster Linie organisatorische Dinge sein dürften, da wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich viel an Inhalten gemacht haben werden. In den Wochen danach werde ich in der Vorlesung immer eine Art Guided Walkthrough durch ausgewählte Inhalte der jeweiligen Vorlesung, also der Videos zu dem Termin, veranstalten. Dabei werde ich euch dann lauter kleine Aufgaben, sehr kleinschrittig, geben, anhand derer ihr euer Verständnis des Stoffs überprüfen könnt. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass ihr gut vorbereitet in die Sitzung kommt, um konkrete Fragen stellen zu können. Ich werde voraussetzen, dass ihr die Inhalte der Videos kennt und ich werde auf sie Bezug nehmen. Wer die Videos nicht angesehen hat, kann sich die Vorlesung sparen und sollte die Zeit dann lieber in das Schauen der Videos investieren. Da wir eine einigermaßen große Gruppe sind, wird es in der Vorlesung leider immer dazu kommen, dass wir Einzelne abhängen. Aber es wird immer auch Punkte geben, an denen man wieder einsteigen kann. Zu den Stellen, an denen man abgehängt wurde, sollte man sich dann auf jeden Fall noch einmal die Inhalte in den Videos angucken und dann schauen, ob man es im Nachhinein, dann ohne den Zeitdruck, den wir in den 90 Minuten der Vorlesung nun einmal haben, hinbekommt. Ansonsten sind das gute Punkte, die man in den Übungen noch einmal erfragen kann. Die ersten Videos zu dem einführenden Thema vom Rechner zum Rechner werden, wie gesagt, noch relativ locker sein. Da wird es nichts Großartiges geben, wo man etwas selber erarbeiten muss. Aber das wird in den kommenden Wochen anders aussehen. Da werden die Videos auch immer Inhalte enthalten, die man sich erarbeiten muss. Dazu werde ich in der Vorlesung dann immer kleine Arbeitsaufträge herausgeben, für die ihr ein wenig Zeit bekommt, bevor ich anschließend die Lösung dazu präsentiere. So erarbeiten wir uns dann Schritt für Schritt einzelne Inhalte der Vorlesung noch einmal aktiv. Das ist das eine, was wir also in der Vorlesung machen werden. Wir werden zusätzlich natürlich auch das Forum nutzen, das ich schon erwähnt habe. Dort könnt ihr jederzeit ein neues Thema eröffnen, wann immer ihr eine Frage habt. Verlasst euch bitte nicht nur darauf, dass ich antworte oder dass die Tutorinnen und Tutoren darauf antworten, sondern helft euch auch gegenseitig. Wenn dort Sachen falsch beantwortet werden, kriegen wir das schon irgendwie hin. Die Schwarmintelligenz wird das Ganze hoffentlich schon richten. Ich denke, wir sollten es als Chance begreifen, dass wir mittlerweile anders mit den digitalen Medien umgehen, als wir das in normalen Zeiten vor der Pandemie getan haben und versuchen, die Mehrwerte für uns zu nutzen. Wir haben eine Menge Hilfsmittel zur Verfügung und werden damit vermutlich eine der besten Einführungen in Informatik für Geisteswissenschaftler durchführen, die es je gegeben hat. Wir haben zwei Übungsgruppen, zu denen ihr euch in Paul schon angemeldet habt. Dort sind es tatsächlich drei Übungsgruppen, aber wir werden das auf zwei reduzieren. An dieser Aufteilung in Paul halten wir uns aber nicht fest. Wir werden stattdessen noch einmal eine zusätzliche Einteilung in Übungsgruppen innerhalb von Panda vornehmen. Die in Paul bleibt einfach bestehen und interessiert uns ab sofort nicht mehr, denn in Paul könnt ihr nicht nachträglich noch Übungsgruppen wechseln. Was wir aber wollen, ist, dass unsere Übungsgruppen ungefähr gleich groß sind. Wir werden zwei Tutorinnen bzw. Tutoren haben, die jeweils eine Übungsgruppe als Team betreuen. Wenn sich nun alle möglichst gleichmäßig auf die Gruppen verteilen, haben alle einigermaßen die gleichen Chancen. Es wäre blöd, wenn in einer Gruppe 50 Leute und in der anderen nur 5 bis 10 Leute wären, da dann die beiden Tutorinnen und Tutoren der großen Gruppe viel zu viel zu tun hätten und gar keine vernünftige Betreuung leisten könnten. Die Übungsgruppen finden zur gleichen Uhrzeit statt, mittwochs nachmittags von 14.15 Uhr bis 17.45 Uhr, sodass es da keine Vor- oder Nachteile gibt, wenn man die eine oder die andere Gruppe wählt. Die Räume, in denen die Übungen stattfinden, findet ihr in Paul. Wie schon bei der Vorlesung gibt es auch hier keine Anwesenheitspflicht, aber während ihr die Vorlesung durchaus mal sausen lassen könnt, die Inhalte gibt es ja in den Videos, in denen könnt ihr euch auch ohne meine weitere Hilfe beim Vorlesungstermin erarbeiten, würde ich euch dringend raten, an den Übungen regelmäßig und aktiv teilzunehmen. Das ist die beste Vorbereitung für die Prüfung am Ende des Semesters, wo ihr feststellen werdet, dass der Aufwand für die Vorbereitung direkt vor der Prüfung dann vergleichsweise gering ist. In den Übungen werden wir euch immer Aufgaben zur Verfügung stellen, die ihr in dieser Übung bearbeiten sollt. Diese Präsenzaufgaben müsst ihr nicht vorbereiten, sondern ihr könnt dort ohne weitere Vorbereitung, die Videos habt ihr ja hoffentlich für den Tag zuvor schon geguckt, in die Übung kommen. Aber ihr könnt natürlich durchaus auch vorher schon die Aufgaben angucken. Sie werden immer ab dienstags mittags bereitstehen. Das Ziel dieser Übung ist, dass am Ende dieser dreieinhalb Stunden, die wir dort zur Verfügung haben, jeder von euch sämtliche Aufgaben des Präsenzblatts gelöst hat. Was ihr dort lernt, werdet ihr nämlich brauchen, um die Aufgabenblätter bearbeiten zu können. Immer dienstags nach der Vorlesung, beginnend am 11. April, wird es nämlich ein Aufgabenblatt geben. Diese Aufgabenblätter sind von Woche zu Woche zu bearbeiten. Sie werden bewertet, ihr werdet dafür Punkte bekommen und natürlich gibt es auch Feedback. Ihr erfahrt also, was ihr richtig oder falsch gemacht habt. Mit diesen Punkten könnt ihr euch einen Bonus für die Klausur erarbeiten. Dazu gleich mehr. Die Abgabe sowie die Bewertung und das Feedback laufen immer schon elektronisch ab und das machen wir auch dieses Mal wieder so. Das heißt also, wir geben die Aufgabenblätter über Panda heraus und ihr könnt sie dann anschließend ebenfalls über Panda auch wieder abgeben. Wir möchten, dass ihr diese Abgaben in Gruppen vornehmt. Ihr sollt euch auch untereinander kurzschließen, euch gegenseitig unterstützen und jeweils in Gruppen von zwei bis drei Personen gemeinsam diese Übungsblätter bearbeiten und abgeben. Damit verfolgen wir mehrere Zwecke. Zum einen bekämen wir sonst zu viele Aufgabenblätter und die Tutorinnen und Tutoren könnten es gar nicht schaffen, die alle zu korrigieren. Zum anderen aber wollen wir euch dazu bringen, dass ihr euch über die Aufgaben austauscht. Das wird allen Beteiligten dabei helfen, die Inhalte besser zu verstehen. Deshalb bestehen wir darauf, dass ihr Gruppenabgaben vornehmt. Die Gruppenarbeit müsst ihr selber organisieren. Idealerweise trefft ihr euch in Real Life, aber ihr könnt das sicher auch mit geeigneten Werkzeugen, einem Messenger oder einer Kooperationsplattform, wie sie die Uni für euch bereitstellt, unterstützen. Wichtig ist aber, dass ihr euch die Aufgabenblätter nicht einfach aufteilt. Also eine die erste Aufgabe, eine die zweite und eine dritte die dritte Aufgabe bearbeitet. Denn dann hätte sich jeder nur mit einem Drittel des Stoffs ernsthaft auseinandergesetzt. Und das ist der sicherste Weg in das Desaster, sprich fast schon die Garantie, in der Prüfung durchzufallen. Auf diesen Aufgabenblättern finden sich Aufgaben, die sich immer zeitnah auf die Vorlesung beziehen. Das heißt, was wir in der Woche in den Videos behandelt und dienstags in der Vorlesung vertieft haben und ihr euch mittwochs mit den Präsenzblättern in der Übung erarbeitet habt, wird der Gegenstand des jeweiligen Aufgabenblatts sein. Wir werden da also einen engen Zusammenhang haben, den man hoffentlich auch immer wieder erkennt. In der zweiten Hälfte des Semesters, und spätestens da wird die Gruppenarbeit wirklich unerlässlich sein, wird es ein Miniprojekt geben. Wir werden euch dort eine komplexe Aufgabenstellung geben, nämlich den Auftrag für die Entwicklung eines Webshops. Eure Aufgabe wird dann darin bestehen, diesen komplett zu programmieren. Dafür ist es erforderlich, dass ihr euch bis dahin auch die Mechanismen erarbeitet habt, wie ihr gut miteinander kooperieren könnt. In diesem Webshop werdet ihr einiges an Arbeit stecken müssen. Insofern kalkuliert es bitte in eure sonstigen Planungen mit ein, dass ihr euch in diesem Zeitraum, vor allem ab Anfang Juni, mit diesem Miniprojekt intensiv beschäftigen werden müsst. Das wird eine Menge Arbeit sein, da werdet ihr eine Menge lernen, das wird alles andere als einfach allerdings. Aber wir begleiten euch dabei und ihr werdet das schaffen. Und es hat bisher immer gut geklappt. Es bleibt dennoch ein Batzen Arbeit und stellt euch darauf ein, dass da einiges auf euch zukommen wird. Am Ende des Ganzen wird es natürlich eine Prüfungsleistung geben, wie das immer so schön heißt, also eine Klausur. Wie eingangs schon gesagt, plane ich mit einer ganz normalen Klausur, die voraussichtlich am 25. Juli stattfinden wird. Voraussichtlich in der letzten Woche der vorlesungsfreien Zeit wird es Ende September eine zweite Klausur geben. Nur eine davon müsst ihr bestehen. Und ich rate dazu, den ersten Klausurtermin wahrzunehmen. In der Klausur wird es voraussichtlich 70 Punkte geben und zum Bestehen werdet ihr die Hälfte benötigen, also 35 Punkte nach derzeitigem Planungsstand. Das kann sich noch ändern, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Jede und jeder kann an der Klausur teilnehmen, egal ob sie oder er vorher an der Vorlesung teilgenommen hat, an den Übungen teilgenommen hat, Aufgabenblätter abgegeben hat oder auch nicht. Ihr müsst euch nur in Paul anmelden und das ist das Einzige, was ihr machen müsst. Inhaltlich könnt ihr euch vorbereiten, wie ihr wollt. Wenn ihr sagt, das kann ich sowieso alles schon, was die da machen, dann ist das gut. Dann braucht ihr diese Vorlesung nicht. Ich vermute aber, dass die meisten von euch die Inhalte dieser Vorlesung durchaus brauchen und auch mit den Übungen ganz gut was anfangen können. Die Übungen bereiten euch nämlich, das ist das Ziel dieser Aufgabenblätter, auch sehr gut auf die Klausur vor. Und das bedeutet eben, dass ihr für die Klausur selber am Ende gar nicht mehr so entsetzlich viel lernen müsst, weil ihr schon so gut vorbereitet seid, dadurch, dass ihr das ganze Semester hindurch euch schon mit den Übungsaufgaben, mit den Präsenzaufgaben und mit den Aufgabenblättern beschäftigt habt und damit dann sehr gute Chancen habt, die Klausur auch gut zu bestehen. Als zusätzlichen Anreiz gibt es dann, wie gesagt, bei den Aufgabenblättern noch Übungspunkte und auch die Punkte aus dem Mini-Projekt. Mit diesen könnt ihr einen Bonus erwerben, auf den ich gleich noch kurz zu sprechen komme. Allerdings müsst ihr dafür die Klausur auf jeden Fall bestehen, also mindestens die Hälfte der Punkte aus der Klausur holen. Daran führt kein Weg vorbei. Damit ihr ungefähr wisst, was in der Klausur auf euch zukommt, werden wir etwa zwei Wochen vor Semesterende eine Probeklausur herausgeben. Diese wird von der Art der Aufgaben und vom Umfang her sehr ähnlich sein zu der Klausur, die wir euch dann stellen. Es wird tatsächlich eine Klausur aus dem letzten oder vorletzten Jahr sein, die wir euch da geben werden, sodass ihr einen realistischen Eindruck gewinnen könnt, wie die echte Klausur dann aussehen wird und euch dann besser vorbereiten könnt. Die zweite Klausur wird in Zeit und Umfang der ersten entsprechen, wird also nicht schwerer oder umfangreicher sein oder irgendwas. Diese zweite Klausur ist keine Strafexpedition, sondern ist dafür da, dass man statt der ersten Klausur auch an diesem zweiten Termin teilnehmen kann. Ich würde euch dringend raten, den ersten Klausurtermin wahrzunehmen, wenn euch das irgendwie möglich ist. Denn wenn man bei der zweiten Klausur krank ist oder durchfällt, dann ist der nächste Wiederholungstermin erst in einem Jahr. Wenn ihr hingegen bei der ersten Klausur durchfällt oder krank werdet, dann habt ihr zumindest noch die Gelegenheit, an der zweiten Klausur teilzunehmen. Also insofern würde ich, wie gesagt, dazu raten, den ersten Klausurtermin anzustreben. Wenn da irgendetwas in die Hose geht, kann man dann immer noch am zweiten Klausurtermin teilnehmen. Wenn beim zweiten Termin etwas in die Hose geht, dann hat man ein kleines Problem, weil sich dann halt alles Weitere ein Stück verzögert. Also insofern, nehmt den ersten Klausurtermin wahr, wenn irgend möglich. Der Bonus. Ich habe eben schon angesprochen, dass es in jeder Woche ein bewertetes Aufgabenblatt geben wird, das wir über Panda ausgeben. Das Feedback erreicht euch ebenfalls über Panda. Da wird die Korrektur durch die Tutorinnen und Tutoren stattfinden und auch die Bewertung mit Punkten wird dort vorgenommen. Ihr werdet also immer sehen, wie viele Punkte ihr schon erworben habt, wie euer Kontostand ist, wie viele Punkte ihr schon haben könntet. So könnt ihr euch immer ungefähr selber einschätzen. Wir werden für die allermeisten Aufgaben, die wir euch zur Verfügung stellen, auch Beispiellösungen bereitstellen, sodass ihr dann noch einmal nachgucken könnt, wo ihr vielleicht etwas falsch gemacht habt oder wie man es auch hätte machen können. Ich verwende bewusst das Wort Beispiellösung, denn häufig gibt es nicht nur eine richtige Lösung, sondern viele verschiedene richtige Lösungen und eure Lösung kann durchaus richtig sein, obwohl sie ganz anders als die Beispiellösung ist. Die Beispiellösung geben wir natürlich erst heraus, wenn ihr das jeweilige Aufgabenblatt abgegeben habt. Rückfragen zu den Aufgabenblättern könnt ihr jederzeit stellen, über Kommunikation mit den Tutorinnen und Tutoren, am besten über Panda oder eben vor allem in den Übungsgruppen. Das Miniprojekt gibt auch Punkte, eine ganze Menge Punkte sogar. Und die werden auch in diese Übungspunkte mit einfließen. Das Miniprojekt gilt in dem Sinne also auch als eine Art Übungsaufgabe oder Aufgabenblatt, ein großes Aufgabenblatt gewissermaßen. Diese Punkte zusammengenommen werden dann euren Bonus ergeben und unten auf dieser Folie seht ihr die Regel beschrieben, wie sich der Bonus errechnet. Wenn man insgesamt aus den Aufgabenblättern und dem Miniprojekt zusammengerechnet 50 bis 75 Prozent der möglichen Punkte erreicht hat, verbessert sich die Klausurnote um eine Drittelnote. Wenn man sogar mehr als 75 Prozent erreicht hat, verbessert man sich um zwei Drittelnoten. Wer also normalerweise in der Klausur eine 3,0 hätte, käme dann auf eine 2,3. Wer eine 1,7 hätte, käme auf eine 1,0. Wer eine 1,0 hätte, hat leider Pech gehabt, denn der gewinnt nichts dazu. Aber es gibt Schlimmeres als das, würde ich sagen. Wer allerdings die Klausur nicht besteht, also weniger als 50 Prozent der in der Klausur erreichbaren Punkte hat, dem hilft auch der Bonus nicht. Wie gesagt, sind diese voraussichtlich 35 Punkte wichtig, die muss man auf jeden Fall erreichen. Falls jemand hier ist, der in irgendeinem vergangenen Jahr schon mal an dieser Vorlesung teilgenommen hat, alte Boni rechnen wir nicht an. Das heißt, ihr müsst euch auf jeden Fall auch in diesem Semester wieder erneut mit den Aufgaben beschäftigen. Denn die Idee ist, dass euch die Aufgabenblätter gut auf die Klausur vorbereiten. Und mit dieser guten Vorbereitung habt ihr dann bessere Chancen, die Klausur zu bestehen. Das ist das Ziel dieser Aufgabenblätter. Sie sind nicht dafür da, euch zu ärgern. Jedenfalls nicht nur. Ganz zum Schluss möchte ich noch eins ansprechen, nämlich wie sieht eigentlich der Arbeitsaufwand für diese Veranstaltung aus? Der ist nämlich ordentlich. Wenn ihr in das Modulhandbuch eures Studiengangs oder in den Studienverlaufsplan guckt, werdet ihr feststellen, dass diese Lehrveranstaltung mit acht ECTS-Punkten oder Leistungspunkten bewertet ist. Ein Leistungspunkt bedeutet 30 Stunden Gesamtaufwand an Arbeit, die man hier in diese Veranstaltung stecken soll. Bei acht Punkten sind das also 240 Stunden insgesamt. Wenn wir jetzt von 15 Semesterwochen ausgehen, die wir zur Verfügung haben, bedeutet das einen Aufwand von ungefähr 16 Stunden pro Woche. 16 Stunden, die wir in diesem Semester verbringen werden, mit Videos gucken, also Videos von dieser Vorlesung. Andere dürft ihr auch gucken, zählen aber nicht mit. Gegebenenfalls an den Vorlesungsterminen teilnehmen, an den Übungen teilnehmen und die Übungsblätter bearbeiten. Für alles das zusammen solltet ihr jede Woche 16 Stunden einplanen. Das ist also schon fast eine halbe Arbeitsstelle. Macht euch also bitte klar, dass dies eine Menge Arbeit ist. Und das werden wir auch tatsächlich von euch verlangen. Wahrscheinlich werden die meisten von euch weniger als das benötigen. Aber bitte beschwert euch nicht, wenn es tatsächlich am Ende 16 Stunden sind. Wir werden euch mit einer Menge Arbeit hier versorgen. Es wird immer eine Menge zu tun geben. Wir werden euch auch immer wieder überfordern. Aber nur leicht. Wir werden euch immer nur leicht überfordern, sodass ihr eine gute Chance habt, etwas zu verstehen, dass ihr richtig etwas lernt hier. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass viele Leute im Semester den Eindruck haben, oh Gott, oh Gott, ich verstehe hier alles gar nicht. Das geht alles an mir vorbei. Und dann hinterher merken, Mensch, eigentlich haben wir eine ganze Menge hier gelernt. Das ist mein Ziel, dass das auch in diesem Semester wieder gelingt. Dass wir auch hier am Ende des Semesters rausgehen und sagen, da haben wir aber einiges dazugelernt. Also ich werde auch einiges dazulernen in diesem Semester. Aber insbesondere inhaltlich für euch, dass ihr hier rausgeht aus dieser Veranstaltung und sagt, da habe ich doch einiges gelernt. Und zwar einiges mehr, als ich am Anfang erwartet habe. Und vielleicht hat das sogar Spaß gemacht. Vielleicht mehr, als ihr das in diesem Augenblick noch erwartet. Auch das habe ich schon immer wieder gehört, dass Leute gesagt haben, ich hätte gar nicht gedacht, dass Informatik doch sogar einigermaßen Spaß machen kann. Schauen wir mal, wie sich das bei euch entwickelt. Eine Vorwarnung noch. 16 Stunden pro Woche habe ich gerade gesagt, die Arbeit wird sich aber nicht gleichmäßig auf alle Wochen verteilen. Jetzt am Anfang zum Beispiel ist noch relativ wenig zu tun. Wenn das Miniprojekt auf euch zukommt, wird das richtig viel Arbeit. Das wird also eher mehr als 16 Stunden an Aufwand kosten. Ihr müsst außerdem davon ausgehen, dass ihr eigenständig recherchieren müsst. Das heißt, ihr werdet immer wieder auch mal gucken müssen, wo ihr geeignete Materialien im Netz oder auch in der Bibliothek findet. Also seht zu, dass ihr euch auch selber etwas drauf schafft. Natürlich werden wir alle wichtigen Inhalte, insbesondere alles, was zum Bestehen der Prüfung erforderlich ist, in dieser Vorlesung vermitteln. Es wird also nicht so sein, dass ich sage, da ist ein Thema, beschäftigt euch mal irgendwie damit. Das wird nicht vorkommen. Wir werden auch, wo immer es möglich ist, geeignete Quellen im Internet oder auch in Büchern empfehlen, mit denen man den Stoff nacharbeiten kann. Das Problem ist nur, dass es kein wirkliches Lehrbuch zu diesem Inhalt, zu diesem Stoff gibt, wie wir das hier in dieser Vorlesung machen. Das scheint mir hier immer noch eine recht einmalige Angelegenheit zu sein. Denn wir wollen hier eben keinen Programmierkurs machen. Das hatte ich in der Einführung schon angedeutet. Und es gibt viele Bücher, die ganz viel über HTML und CSS und JavaScript und ich weiß nicht, was machen. Und so tief wie in diesen Büchern wollen wir gar nicht in diese Themen einsteigen, weil wir, wie gesagt, gar nicht die Overcracks in diesen Themen werden wollen. Was diesen Büchern aber auf der anderen Seite fehlt, sind die theoretischen Aspekte, die prinzipielleren Dinge, um die es mir in dieser Vorlesung ebenfalls sehr stark geht. Natürlich gibt es auch solche Bücher, die sich mit den theoretischen Aspekten der Informatik beschäftigen, beispielsweise mit formalen Sprachen und Algorithmen. Nun setzen diese Bücher schon wieder so viel an Kenntnissen voraus, die man als Anfänger in diesem Fachgebiet überhaupt nicht mitbringen kann, dass das viel zu weit führt. Häufig verlangen sie außerdem viel zu viel an Mathematik. Auch das wollen wir weitestgehend vermeiden. Insofern, wenn ich euch hier Literatur, Quellen, Bücher empfehle, werden die immer sehr selektiv sein und ich erwarte nicht, dass ihr diese in vollem Umfang lest. Ihr müsst auch keine teuren Bücher kaufen, mit denen ihr euch versprechen könnt, dass ihr den Inhalt dieser Vorlesung noch einmal wunderbar nachlesen könnt. Wir sind so einmalig hier, so etwas gibt es noch nicht als Buch nachzulesen. Was ich auch in der Einführung schon angedeutet hatte, das praktische Üben der Inhalte ist extrem wichtig. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass ihr natürlich die Aufgaben, die wir euch bereitstellen, selber bearbeitet. Es ist aber auch sinnvoll, dass ihr darüber hinaus auch immer wieder einmal selber überlegt, was könnte ich vielleicht mal machen, was könnte ich denn mal ausprobieren. Selber einmal eine HTML-Seite zu irgendeinem Thema zu erstellen oder selber einmal ein Programm für irgendetwas zu schreiben, was letztlich kein Mensch braucht, aber wobei man vielleicht etwas lernen kann. Das ist durchaus etwas, was man machen kann und wozu ich euch auch ermuntern möchte. Zu guter Letzt noch, ich hatte vorhin schon angedeutet, dass Gruppenarbeit sehr wichtig ist, weil es immer wieder vorkommen wird, dass man irgendwo nicht weiterkommt, dass man irgendwo einen Hänger hat und einfach nicht weiß, wie geht denn das jetzt hier eigentlich. Und manchmal braucht man so einen kleinen Anschluss von außen, manchmal braucht man jemanden, der ein kleines bisschen anders denkt, als man selber. Wenn man sich mit dem dann austauschen kann, dann hilft das ganz häufig. Und deshalb nutzt alle Kommunikationsmöglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen. Nutzt die Foren, die wir in Panda eingerichtet haben. Trefft euch mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Nutzt, was immer ihr an Messengern verwendet, um mit euren Kumpelinen und Kumpeln zu kommunizieren. Verwendet alle diese Dinge. Es gibt nichts, was nicht geht, würde ich sagen. Versucht zusammenzuarbeiten und nutzt, wie gesagt, alle Kommunikations- und Kooperationsmöglichkeiten. Unterstützt euch gegenseitig. Erwartet also nicht, dass wir alle Probleme für euch lösen, wenn denn irgendwelche auftreten, sondern versucht auch, euch gegenseitig zu helfen. Und wenn wir in den Foren bemerken, dass da etwas in die falsche Richtung geht, da werden dann irgendwelche falschen Sachen erläutert, dann greifen wir schon ein. Und niemand, der dort etwas Falsches schreibt, wird deshalb von uns schief angesehen oder in der Prüfung schlechter bewertet. Macht euch da also keine Gedanken darum. Sachlich und freundlich sollte es aber natürlich bleiben, denn wir wollen uns alle auch nach der Veranstaltung noch in die Augen gucken können. Das soll es für dieses Video gewesen sein, also alles zu dem organisatorischen Kram. Wir sehen uns dann hoffentlich in den Vorlesungen. Die erste steigt am Dienstag, dem 11. April von 9.15 bis 10.45 Uhr. Es wird wieder ein spannendes Semester auf uns zukommen. Das war es für den organisatorischen Kram rund um die Veranstaltung Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Tschüss, bis zum nächsten Video.